Kommander Börte Ulda, Robert und Fritz Reiner In Galaxienfeld Ob Andromeda Nebel Schwarze Löcher drohen Gefährliche Planeten Laserpistolen Neue Phänomene Sonnenexplosionen Er kämpft, er kämpft sich durch, sich durch Na wer? Kommander Börte Kommt zur Hilfe Wann immer es Probleme gibt Im Weltall Kommt er mit seinem Raumschiff angeflogen 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 Schwupps ist er da Schwupps ist er da Ist ja, da!